Das ist unglütig gewesen. Kann man sehen. So eine Situation hat uns sicherlich auf die Verliererstraße geführt, weil zu diesem Zeitpunkt waren wir absolut im Spiel. Das war sicherlich der Punkt, der das Spiel die klare Wende gegeben hat. Wir haben eine korrigierte Mannschaft gesehen, aber es ist halt schwierig in München zu gewinnen. Wir werden diese positive Leistung mitnehmen in unser schweres Spiel am Freitag gegen Hamburg. Wir sind sicherlich auch ein bisschen kaputt, haben ein paar Körner da gelassen. Es war ein anstrengendes Spiel, müssen uns jetzt erholen. Wir werden die nächsten Tage sicherlich sehr dosiert arbeiten, am Freitag mit aller Schärfe nach Hamburg fahren. Wir sind in einem körperlich guten Zustand, aber wie gesagt, trotzdem haben wir ein Spiel mehr wie die Hamburger. Das wird sich sicherlich bemerkbar machen können und da müssen wir einfach von Anfang an Gas geben, nicht daran denken und die beste Leistung abrufen.